Hallo Leute, willkommen bei der Sky. Hier so ein kleines Video, was ich gerade mache. Ich habe ja jetzt gerade mal ein paar Minuten Pause. Nächste Woche, am Dienstag schreibe ich meine nächste Arbeit. Deswegen habe ich mir ein bisschen Pause gegönnt, aber nicht für meinen YouTube-Kanal, weil ich ja gesagt habe, ich fange an mit neuen Videos. Deswegen bin ich gerade an dem, warte, wo steht es? Wo steht es? Hier Teil 3 von Karneval dran. Was bedeutet das? Wieso mache ich jetzt erst das Karneval-Video? Ja, ich habe mir die ganze Zeit irgendwie keine Inspiration gehabt, wenig Zeit und so. Und jetzt bin ich hier an dem Karneval-Video dran, wie ihr seht. Ganz, 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 ganz viele Sachen. Hier habe ich noch überhaupt nichts gemacht, aber ich bin gerade schon in der, ja, vierten Minute, sagen wir mal, in der 4,35. Minute. Oder da ist es ganz genau 4,39. Minute und da bin ich gerade echt dabei, hier das gesamte Video schön durchzuschnitten. Ja, hier vorne gibt es nicht so viele, aber dann kommen hier sehr viele Parts und so. Da muss ich auch viele Leute zensieren, die man direkt sehen kann. Ist in der öffentlichen Veranstaltung. Aber sonst eben direkt, die ich zensieren muss. Im Hintergrund sieht man, das werde ich noch nicht zeigen, auch ein schönes Bild, was ich für Olli gemacht habe. Olli sieht man übrigens gerade hier. Das ist Olli für die Leute, die ihn nicht kennen. Dann guckt euch einfach die anderen Karnevals-Videos an. Und mit einem schönen Bild, was ich hier am Zeichnen bin, meine ich natürlich nicht, dass es schön wird für diese Person hier. Das wird ganz schön lächerlich. Genauso lächerlich wie gerade sein Blick. Aber gut, freut dich schon auf das Video. Das Problem ist, ich muss diese Person, die ihr hier gerade seht, muss ich leider absolut zensieren. Andere Personen, wie die Jessie, haben ja gesagt, nee, du musst mich nicht zensieren, weil ich bin hübsch genug. Aber diese Person hier muss ich zensieren, weil die Person, hoffentlich finde ich das Video noch, voll ins Bild reingekotzt hat. Nachdem ich eine ganze Whiskyflasche trinken musste. Aber gut, das, oder echsen musste, ist noch schlimmer. Aber, freut euch auf das Video. Karneval 3, Karneval Teil 3, pardon. Ist ein bisschen spät, aber besser spät als nie. Und damit würde ich sorgen. Hier habe ich noch eine Wassermelone. Wassermelone. Wer hat Schaf? Komm schon. Ja, ist es scharf, oder ist es richtig scharf? Ultrascharf. Damit würde ich sagen, haut rein, Leute. Bis zum nächsten Mal bei der Sky und ciao, ciao. Ciao. sudorf Untertitelung. BR 2018